guten morgen von der busseite stelle meine lieben tag 2 auf rügen ist angebrochen wir machen heute eine rundtour um sassnitz durch den nationalpark an den kreidefelsen vorbei zum königsstuhl und ja bisschen muskelkater habe ich noch von der tour gestern in den oberschenkeln und ich hoffe dass das heute alles klappt anderes schuhwerk ist am start also let's go so 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 Die Temperaturen liegen heute bei ungefähr 0 Grad. Es geht ein leichter Wind und die Sonne scheint durch die Wolken. Herrlich! Nach unserem kleinen Abstecher zum Strand sind wir jetzt unterwegs zum Königsstuhl. 7,7 Kilometer Wanderweg. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.